Amo, der Volk von Belmar. Immer noch Amo, steckt da durch, Ausgleichschancen, vorne bleibt und ein Heizlinger Ball! Nicht drin! Viel Glück für den FCB. Strecken da die Hände in die Höhe und erwarten, dass der Schiedsrichter eine Abseitsposition anzeigt. War auch wirklich klapp, tendenziell vielleicht sogar, aber... Ai, ai, ai. Riesendicke Möglichkeit. Noch einmal, dieser Amo, richtig stark, steckt den Ball dann noch durch. Und ein Slit noch und am Ende dann Schömer, der den Ball noch vor der Linie wegputzt. Nicht gut verteidigt an der FC Basel in dieser Situation.